Am Freitag wollen Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein mit Landeshauptleuten und Experten über die weiteren Öffnungsschritte beraten. In Wirklichkeit liegt der detaillierte Plan für weitere umfassende Öffnungen aber bereits jetzt vor. Gesundheitsminister Mückstein hat den 10. Juni als Öffnungstermin genannt. In der ÖVP gilt die Devise, je früher, desto besser. Alles läuft also auf weitere Öffnungen am 10. Juni hinaus. Ab diesem Tag soll die Sperrstunde zunächst von 22 Uhr auf Mitternacht verlängert werden. Einige Länderchefs würden die Sperrstunde gleich auf 1 Uhr früh verlegen. Per 1. Juli sollen dann über 40% der Bevölkerung immunisiert sein und dies könnte bedeuten, die Sperrstunde zur Gänze fallen zu lassen, rechtzeitig für die Tourismus-Saison. Das würde dann freilich auch das Go für die Nachtgastronomie bedeuten. Ab 1. Juli könnten auch die Personenbeschränkungen für Indoor-Veranstaltungen von 1.500 auf 3.000 ausgeweitet werden. Die Personenbeschränkung in der Indoor-Gastronomie soll wie folgt aussehen. Statt wie bisher vier Personen sollen zunächst acht Erwachsene in der Indoor-Gastronomie an einem Tisch sitzen können. Per 1. Juli könnte die Beschränkung Outdoor fallen und in geschlossenen Räumen noch einmal ausgeweitet werden. Zudem, und das ist eine Forderung der Gastronomie, soll spätestens ab Juli die FFP2-Pflicht in der Gastronomie für Personal und Kunden fallen. Es sollen aber Mund-Nasen-Schutz etwa wie chirurgische Masken bleiben. Generell, und das ist vor allem eine Preisfrage, sollen ab 17. Juni auch in Handel, Öffis und Schulen Mund-Nasen-Schutz statt FFP2 gelten. Die Maskenpflicht in diesen Bereichen soll aber auch im Sommer gelten.